Erstmal Style Check hier. Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Guckt mal hier meinen Dress an. DSC. Heute spielt wieder die Arminia und ich bin eingeladen. Aber bevor wir dahin fahren geht es noch mal jetzt hier hoch zum Frühstücken und ja heute gab es lecker Pfannkuchen. Es war so schön herzlich. Es war ein schöner Morgen. Ja ich freue mich auf den restlichen Tag. So hier guck mal. Frühstück mit der chilenischen Fahne. Das ist so süß. Dankeschön. Einfach schön Pfannkuchen gemacht hier. Guck mal hier die schönen Männer an. Was für ein schönes Bild. Dankeschön. Jetzt gibt es größter Fleischsalat und Vollkornbrot. Also das vermisse ich auf jeden Fall definitiv in Chile. Ja guck mal aus einer anderen Perspektive. Hier ist schon ein paar mal gefilmt hier unsere schöne Fahne. Aber ich muss sagen die Deutschlandfahne sieht schon schön aus. Und ich bin auch stolz auf das Land. Nicht was es geworden ist. Aber es ist einfach ein schönes Land. und ich bin ja auch stolz auf. Die Zeit ist reif jetzt aufzudrehen. Die Zeit ist reif, unseren Weg zu gehen. Gebt nicht auf, dass uns gemeinsam in die Zukunft zählt. Amelia, Amelia, wir sind die besten Welt der Welt. Bewegung. Auch unsere Herren stehen nur für dich. Amelia, 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 wir sind die besten Fans der Welt. Auch unsere Herren stehen nur für dich. Amelia, Amelia, in einer Woche genau... Das sieht ja klasse aus. Was war da die denn her? Hahaha. Oh mein Beileid. Aber trotzdem ein schönes Souvenir auf jeden Fall. Hallo. Es ist ja hier stark. Und guckt euch das mal an hier. Zu richtig zum relaxen. Und dann im Pool hier. Wuii. Aber so ein richtiges Teil. Sehr geil. Hier ein paar Pfeilungen, da gucken wir Fußball jetzt. Hier. Hier. Direkt angekommen, der ist der Toi. Und der ist halt drin. Ich habe gar kein Auge gesehen. Ich habe gar kein Auge gesehen. Zum Wohle. Mit leeren Glas. Nicht in die Augen gucken, wenn es leer wäre. Kannst du nicht nochmal ein neues holen und dann... Na komm, kannst du lösch mich schon. Ausreden. Lösch das. So. Wiederholen. 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 Jetzt. Verstehen. Zum Wohle. Dankeschön. Sehr geil. Ja. 2-1 Arminia und es regnet. Hahaha. Natürlich regnet es. Es stürmt sogar ein bisschen, kann man sagen. Ah. Ja. Das ist wirklich so. 2-2. Und Halbzeit. Ich trinke auch Gänsenbuka. Lieber als Kräuter. Uso. Kräuter. Aber das ist Uso, oder? Uso. Uso mag ich. Hier, hier kommt. 3-1. Cool, oder? Man sieht hier gar nichts auf dem Handy hier. Aber dann steckt er den da rein. Guck mal. Aber aus was in der Ecke? Das ist schon cool hier. Ne? Das war Hammer. Hier, Freistoß. Da werden wir mal drauf. Und. Gar nichts. Gar nichts. Oh. Tor zählt nicht. 4-4. Nein. Die hatten gerade das 4-4 gemacht und das zählt nicht. Oh mein Gott. Da ist das hier ein geiles Spiel heute. Oh. Nein. Oh. Hat er nicht gemacht. Tor zählt. Ja. Ja. Jawoll. Ja. 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 Was denn geiles Spiel hier. Das war schön. Im Stand von 6-3. Läuft hier. Ist geil. Mega. Ja. Sechs zu drei, ist schon weg. Aber 6-3 hier die Bielefeller. Geiles Spiel. DPN Pokal nächste Runde. Einfach mal sechs Tore geschossen. Also insgesamt neun Tore. Ich meine, Glückster hier in Arminia. Ja, Leute. Ja, sorry, Leute, aber leider geil hier. Geschäftspapier. Das ist einfach Hammer. Bielefelder Luft, original. Ist ja geil. Jetzt hat mir auch echt viel Spaß. Vorhin geregnet, jetzt wieder schönes Wetter. Das ist einfach klasse hier. Das ist einfach schön. Hier, schön grillen, Schatz. Ich mach den mal hier auf. Oh, da ist ja gar nichts mehr drauf. Es liegt ja alles da vorne. Was haben wir denn hier alles? Würstchen. Fleisch. Dann hab ich ein Hähnchen. Tzatziki, Tomate, Mozzarella, Kartoffelsalat, Kartoffelsalat. Ist ja echt vom Feinsten hier. Ja, ich hab natürlich viel selbstgesprungen mit der Kamera. Das ist hier die berüchtigte Kräuter. Aber die sind ja auch. Oh, 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 oh. Dann hauen wir jetzt mal rein hier. Hab nichts, Murphy. Ehrlich nicht. Versprochen. Nur in meinem Mund. Da waren wir letztes Mal. Schüko Arena. Ist ja geil. Haben Sie das geklaut? Ist ja der Hammer. Schüko Arena-Schild hier. Bitte. Hier. Das hier bitte. Das ist hier. Und ich bin gezapft hier. Überlecker. Ehrlich. Oh, Leute, bin ich vollgefressen. Das war so lecker. Das war so ein geiler Tag. Da läuft den ganzen Tag jetzt noch Fußball in das Zelt. Ich drehe mal die Kamera. Da steht auch noch ein Grill. Und ich bin jetzt wieder in dieser Chill-Launch. Ganz alleine. Ganz gezapftes. In das Zelt da vorne. Die Kids spielen da vorne. Ich bin mal wieder die Kamera. Ja, was soll ich sagen? Essenstechnisch vom Feinsten. Hat einfach Spaß gemacht. Ja, Entschuldigung, Schatz. Ich rauche meine. Ich habe viel Bier getankt. Viele kurze. Dann habe ich irgendwie immer Bock, mal eine zu rauchen. Rauchen ist scheiße. Aber eine Zigarette oder zwei oder drei. Einmal im Monat kann man sich das auch mal gönnen. Ich bin ja auf Ferien. Also, geiles Spiel. Neun Tore, Leute. Es war einfach wirklich ein hammergeiles Game. Und mir geht es richtig gut. Und ich bin vollgefressen. Heute Abend gucken wir nach Dortmund. Dortmund ging keine Ahnung irgendwas. Wiesbaden oder sowas. Tja, aber ich bände einfach mal das Video hier an der Stelle. Vielleicht kommen dann auch irgendwelche Schnipsel. Aber ich sage mal, na, hier. Wie mache ich immer hier? Tick, tack. Ciao. Also, bevor ich es vergesse. Ganz wichtig hier. Ich habe die Spardose hier. Beweise. So. Kannst du noch mal Kur'r? Ja. Oh mein Gott!